Er wird jetzt ganz normal mitfliegen. Ich habe ihm nochmal das gleiche gesagt, was ich gestern hier in der PIK gesagt habe, dass es mir am liebsten wäre, wenn sich auch die nächsten fünf Wochen keiner meldet, so wie es die letzten fünf Wochen war und da ist es auch egal, wer das ist. Emil weiß das und grundsätzlich muss ich nochmal sagen, damit wir überhaupt von diesem Standpunkt abrücken, müsste schon sehr, sehr viel passieren, auch im finanziellen Bereich und zusätzlich müsste dann ausgerechnet auch dahin dann noch der Emil wollen, das ist ja auch klar und da müssen schon viele Dinge zusammenkommen. Aber grundsätzlich würden wir Emil gerne behalten und das habe ich ihm heute auch nochmal genau so gesagt und unterbreitet. Das Spiel war schwerer, als es jetzt vielleicht im Nachhinein aussah. Die ersten 20 Minuten hat man gemerkt, dass das Hacken einfach schon im Rhythmus ist, dass die seit April im Saisonbetrieb sind und wir logischerweise noch nicht. Wir haben erst zwei Wochen miteinander trainiert. Für die meisten, oder nicht für die meisten, für alle von uns war es heute dann für die, die durchgespielt haben, das erste Mal über 90 Minuten und das Ganze dann auch noch bei 30 Grad plus. Und insofern finde ich, dass es sowohl von der Einstellung, von der Mentalität, aber auch von der Art und Weise, wie wir es gespielt haben, für zwei Wochen Training ein richtig guter Auftritt war. Wir haben so gut wie nichts zugelassen für den Gegner. Ich kann mich zumindest an keine richtig glasklare Torchance erinnern, die sie hatten. Und wir selber haben das über weite Strecken gut gemacht, auch einiges von den Inhalten, die wir uns vorgenommen hatten, was die Chipbälle angeht, in den Rücken der Abwehr, so zum Beispiel beim 1 zu 0. Das sind natürlich Dinge, da hat man auch gesehen, wie die Jungs sich besonders über so ein Tor gefreut haben, wenn dann einfach auch aus so einer Situation heraus dann, dass wir wirklich auch versucht haben, jetzt in den letzten ein, zwei Wochen einzustudieren, wenn daraus dann auch noch ein Tor fällt. Wir sehen uns.